Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video für www.wlan-kamera.info, dem Portal, auf dem es um Überwachungskameras aller Art geht. Und heute schaue ich mir ein weiteres smartes Modell an. Und zwar ist das hier von Bosch für Smart Home, deswegen auch smartes Modell. Das ist eine Kamera, die ist nicht gerade billig, die kostet so 240 Euro, ist von Bosch, hat auch eine Integration quasi für das Smart Home, kann aber auch einzeln eingesetzt werden. Also es gibt von Bosch eben wie gesagt noch weitere, sag ich mal, Smart Home Geräte und das kann da quasi in deren System genutzt werden, kann aber auch einzeln genutzt werden. Das werde ich in diesem Video machen. Und es ist eine Outdoor-Kamera, also eine Außenkamera hier mit Lichtgegensprechung, also Mikrofon und Lautsprecher und die Kamera seht ihr hier. Da ist auch ein riesiges Licht dabei, also für die Außenbeleuchtung. Ich drehe das Ganze jetzt auch mal um. Hier sehen wir die Rückseite, Single Solution. Es gibt eine App für hier Apple und dann auch noch für Android-Geräte. HD-Auflösung, Bewegungserkennung, eine große Lampe, habe ich bereits erwähnt, Gegensprechen, Zwei-Wege-Kommunikation, also Lautsprecher und Mikrofon. Und das war es jetzt hier auch schon von dieser Rückseite. Und deswegen schaue ich mir jetzt mal direkt die Kamera an. Und zwar ziehe ich das hier mal raus. Das ist wie so ein Ordner. Dann kann ich das hier vorne aufklappen und hier mal das erste herausnehmen. Das ist eine Packung Anleitungen. Hier sehen wir die Kamera. Ich stelle das direkt mal so hin. Schauen wir gerade mal noch die Anleitung an, also Bosch Smart Home. Hier haben wir noch die Energie-Zertifikate. Also wir sehen hier, diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Und hier, ich weiß nicht richtig, A++, also LED ist halt verbaut. Klar, die sind sehr stromsparend, das ist aber bekannt. Dann verschiedene Anleitungen, verschiedene Sprachen. Das hier ist jetzt die auf Deutsch. Da schaue ich auch mal gerade rein. App installieren, QR-Code und so weiter. Das wird hier alles beschrieben mit noch schönen Fotos von schönen Menschen hier. Okay, hinten auch noch ein paar. So, hier wird das alles beschrieben, wie das alles installiert wird, montiert auf Deutsch und so weiter. Das werde ich mir aber, wie gesagt, im Detail in diesem Video anschauen. Hier sehen wir die Kamera und die nehme ich jetzt hier mal direkt heraus, mitsamt diesem Paneel. Also das hier ist quasi das Paneel für den Stromanschluss. Das zeige ich gerade mal, das kann man an die Wand montieren hier. Und auf der Rückseite haben wir hier den Anschluss für den Strom. Das sehen wir auch hier direkt an diesen Dreiecksschildern mit diesem Blitz drin. Dann nehme ich jetzt mal die Kamera hier heraus. Und dann haben wir hier noch, ich weiß richtig, sehr, ja, das war es jetzt auch. Mehr ist da nicht mehr drin. Also das hier ist noch das Montageset mit Schraubenzieher-Dübel für diese Haltung eben. Und jetzt schauen wir uns die Kamera mal an. Das hier ist die Kamera. Ich drehe die gerade mal seitlich. Sieht schick aus, macht einen guten Eindruck. Das hier scheint mir Metall zu sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah ne, das ist Kunststoff. Ja, muss ich noch schauen. Werde ich später auch noch in der Zusammenfassung dann genau zeigen. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das heißt, wenn es Kunststoff ist, dann ist er sehr stabil. Wenn es Metall ist, dann ist es eben Metall. Aber ich glaube, es ist Metall. Hier von unten, vorne haben wir das Objektiv. Da ist noch so eine Schutzfolie drauf. Die kann ich gerade mal hier abmachen. Dann steht hier Bosch. Wir haben hier alles in Metalloptik gehalten. Oben seht ihr das Ganze auch nochmal so eine Radialtextur, metallisch. Und hier sehen wir dann quasi das Gegenstück. Wo dann nachher hier, ihr seht schon, da wird das quasi reingedrückt, hier die Kontakte. Das kommt dann hier quasi nachher so, wird dann so drauf gesteckt. Und hier kommt dann das Kabel raus. Es ist so, jetzt sehe ich auch direkt, ein Stromkabel scheint hier nicht beizulegen. Das heißt, ihr müsst hier ein Stromkabel selber anschließen. Da wird es also auch wieder so, da muss man ein bisschen was können, sage ich mal. Das werde ich aber auch noch zeigen. Man muss auf jeden Fall Stromkabel hier manuell anschließen. Und hier haben wir noch ein paar Infos hinten drauf. Seriennummer und so weiter. Also, das war jetzt hier das Unboxing mit der Kamera. Und wir sehen halt direkt, ihr braucht ein extra Stromkabel noch und müsst das auch montieren. Das heißt, wenn ihr jemand seid, der sich das nicht zutraut mit dem Strom und so weiter und auch da Angst vor hat, sage ich jetzt mal. Man soll beim Strom nur mit arbeiten und Kabel anschließen. Man will nicht weiß, was man da tut. Sonst hat man nachher einen Kurzschluss irgendwelche Brände. Oder kriegt einen Stromschlag. Ich habe schon mal in 230 Volt reingelangt. Aus Versehen, glaubt mir, das wollt ihr nicht machen. Das ist äußerst ungesund. So, das hier war jetzt auf jeden Fall das Unboxing. Mit der Kamera und hier dem Zubehör. Was wir hier alles haben. Und was ich jetzt wie immer machen werde. Ich werde jetzt die Kamera montieren. Erstmal mit dem Strom, habe ich ja bereits erwähnt. Dann müssen wir da anschließen. Und dann werde ich damit Testaufnahmen machen. Werde mir das alles im Detail anschauen. Und damit geht es jetzt weiter im Anschluss im Megatestbericht. Vorbereitung und Montage. Die Bosch Eyes Überwachungskamera könnt ihr nicht einfach einstecken und loslegen. Sondern ihr müsst sie manuell verkabeln und so einen Strom anschließen. Das war im Übrigen auch bei der ähnlichen Netatmo Presence. Das ist ein Konkurrenzmodell der Fall. Und dieses Modell habe ich mir vor einigen Monaten angeschaut. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Kamera kann also direkt an ein Kabel, welches aus der Wand kommt, angeschlossen werden. Ich werde hier allerdings ein Kabel mit Stecker montieren. Zu Testzwecken eben. Es gibt drei Adern. Blau, das ist der Nullleiter. Grün, gelb ist die Erdung. Braun ist der Außenleiter. Unterhalb der Klemme seht ihr die Symbole, damit wir wissen, welches Kabel wo angeschlossen werden muss. N steht für den Nullleiter. L für den Außenleiter. Und das Symbol in der Mitte ist das DIN-Symbol für die Erdung. Ich habe das Kabel also nun durch das Loch gesteckt und dann jede Ader in die Klemme geschoben und dann mit der Schraube fixiert. Das ist der gleiche Prozess, wie man auch eine Lampe an den Strom anschließt. Also so eine Standardlampe an der Decke. Wer das also kennt, für den ist dies hier nichts Neues. Ist alles angeschlossen, dann wird die Kamera auf die Platte gesteckt. Unten gibt es noch ein Arretierungsloch für eine Schraube. Die liegt aber scheinbar nicht bei, außer ich habe sie übersehen. Die Kamera kann jetzt also mit Strom versorgt werden. Los geht's. Setup Sobald wir die Kamera einstecken, leuchtet das Licht ca. 30 Sekunden rot. Dann blinkt das Licht grün. Zeit, die App zu öffnen. Zuerst müssen wir uns mit einer E-Mail und einem Passwort registrieren. Die Passwortvergabe ist etwas nervig, da wir nehmen eine Minimum von 10 Zeichen. Das ist zwar okay, aber wir müssen eben auch Groß- und Leinbuchstaben und Sonderzeichen verwenden, ansonsten kommt hier ein Fehler. Das ist so nicht direkt ersichtlich und es kommt nur die Meldung, das eingegebene Passwort erfüllt nicht alle Kriterien. Ja, welche denn bitte? Ich muss allerdings zugeben, dass das ganz klein über dem Feld vom Passwort steht, was da die Kriterien sind. Haben wir das nun geschafft, dann wird eine Aktivierungs-Mail versandt und diese Mail bestätigen wir dann. Als nächstes geben wir unsere WLAN-Daten ein. Es wird automatisch das WLAN gewählt, mit dem unser Smartphone verbunden ist. Daraufs generiert die App dann einen QR-Code, den wir vor die Kamera halten müssen. Bei erfolgreichem Scan ertönt dann ein Piepton. Sollte die WLAN-Verbindung übrigens fehlschlagen, so blinkt die Kamera dann rot-grün. Im Erfolgsfall blinkt die Kamera erst blau, dann nochmal kurz anderweitig weiter und die App zeigt dann Infos an und aktualisiert, wenn nötig, die Firmware. Das sehen wir also auf dem Display, dass das Ganze erfolgreich war. Der Zugriff auf den Stream ist jetzt schon möglich. Im Artikel werde ich übrigens noch einige Erfahrungswerte bezüglich des Resets und des WLAN-Wechsels festhalten. Die Kamera Die Bosch Ice ist eine größere Überwachungskamera mit Licht und sie wiegt um die 87 Gramm. Außerdem ist sie ca. 21 Zentimeter hoch. Der Durchmesser des runden Teils beträgt etwa 7 Zentimeter. Vorne sehen wir die Hauptlampe und unten den Bewegungsmelder, welcher ca. 180 Grad abdeckt. Oben und unten gibt es aber auch nochmal eine Lampe. In der App lassen sich alle Lampen steuern. Der Bereich mit den vielen Löchern ist der Lautsprecher bzw. dieser und das Mikrofon befindet sich dahinter. Ganz unten ist die Kamera, welche wir nach links und rechts drehen können. Der Blickwinkel liegt laut Angabe bei 112 Grad, wirkt in den Videos aber höher. Schaut euch die Testvideos dazu an, Link unter dem Video. Die Kamera wird flach an die Wand montiert und wir können die Kamera nicht kippen. Deshalb wird auch eine Höhe von 2-3 Metern empfohlen, damit sie alles abdeckt. Da es eine Außenkamera ist, ist sie natürlich wasserfest. Die Kamera sieht schick aus und das Licht leuchtet auf maximaler Helligkeit wirklich gut aus. Hier ein kleines Testbild, welches jedoch leicht dunkler ist als eine Realität. Die Bosch Eyes wirkt sehr hochwertig, sieht gut aus und lässt sich auch stabil montieren. Die Verarbeitung wirkt auf jeden Fall sehr gut. Die App Die App stelle ich euch wie immer in einem separaten Video detailliert vor, Link in der Videobeschreibung und im Artikel gibt es dann auch noch ein paar Infos. Meine Erfahrungswerte Kommen wir nun zu einigen Erfahrungswerten aus der Praxis. Die WLAN-Verbindung hat bei mir auf dem Balkon massive Probleme gemacht bzw. lag bei 38%. Damit habe ich keine flüssige Steuerung erreicht. Das kann passieren bzw. an der Position liegen, auch wenn mein Handy an der Position fast 80% empfangen hat. Ich musste die Kamera für den Test deswegen auf der Terrasse in einem nicht so guten Platz montieren. Luftlinie etwa 4-5 Meter zum Router durch Wände in dem Fall. Ich habe die Kamera dann nochmal im Zimmer im Abstand von 3 Metern zu einem Router betrieben und hier lag der Empfang bei 82%. In einer solchen Nähe sollte der allerdings bei annähernd 100% liegen. Mein Handy hat hier auch nahezu 100%. Keine Ahnung, was da bei mir los ist. Eventuell sollte man hier einen Repeater einplanen. Wenn wir das WLAN wechseln, war mir in einigen Fällen ein Reset erforderlich bzw. eigentlich reicht es ja aus, das über die App vorzunehmen und den generierten QR-Code vor die Kamera zu halten. Das war für mich aber nicht so zuverlässig, deswegen musste ich die Kamera da auch ein paar Mal zurücksetzen. Und da ich mehrfach das WLAN gewechselt habe, habe ich das gemerkt, also wie nervig das ist. Da kann man dann gut und gerne mal 10 Minuten rumfrickeln und ist schnell frustriert. Das Ersteinrichten hatte dagegen fix geklappt. Normalerweise wechselt man ja auch nicht jeden Tag mehrfach das WLAN. Vorsicht, wenn ihr die Kamera zurücksetzt, dann werden im Übrigen alle Videos gelöscht bzw. in der App tauchen die dann nicht mehr auf. Die sind dann weg. Die Kamera zeichnet sehr kurze Clips mit 15 bis 17 Sekunden Länge auf. Die Länge können wir allerdings nicht ändern. Ein Alarm erzeugt somit also recht schnell mehrere Einzelclips. Videoclips manuell herunterladen ist extrem nervig, weil es erstens viele sind und es muss dann jeder Clip einzeln gespeichert werden. Gegensprechen funktioniert gut und die Tonqualität ist ein bisschen besser als bei den ganzen preiswerten Modellen. Es ist aber ein kleiner Lautsprecher und er klingt eben auch so. Es gibt, so wie es aussieht, keinen RTS-P-Stream. Somit können wir die Kamera nur in der Bosch-App nutzen und den Videostream nicht in einem NVR, anderen Apps oder PC-Software nutzen. Schade. Sollten sich da neue Infos ergeben, werde ich die im Testartikel verlinken. Schaut da unbedingt vorbei. Da habe ich auch eine wichtige Diskussion verlinkt. Videos manuell aufnehmen geht scheinbar nicht. Ein Foto können wir allerdings machen. Alarm-Meldungen bzw. Push-Nachrichten kommen zügig an. Das dauert ca. 1-3 Sekunden. Es gibt eine Cloud-Funktion und die Aufnahmen werden bis zu 14 Tagen gespeichert. Einen Alexa-Skill gibt es auch. Die Bewertungen sind allerdings durchwachsen. Da scheinen manche Leute eben Beschwerden zu haben wegen Funktionsumfang. Es kommt aber auch darauf an, welche Version der App die hatten. Denn inzwischen wurde da viel nachgebessert. Das Lichtsteuern geht aber auf jeden Fall um die Videoanzeige. Die Videoanzeige auf Fire-TV-Produkten ist auch integriert. Ich liste die Befehle nochmal im Artikel auf. Den findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Schaut da rein. Wie gesagt. Der interne Speicher der Kamera muss ich sagen, der hat 4 GB. Und das ist für heutige Verhältnisse doch recht klein. Mein Fazit. Mit um die 240 Euro ist die Bosch Ice einen Tick preiswerter als der Konkurrent von Netatmo. Die Netatmo Presence. Wenn man da jetzt noch von preiswert sprechen kann. Denn beide Kameras sind eigentlich eher höherpreisige Kameras. Beide Modelle haben keinen RTSP-Stream und können somit nur mit den Hersteller-Apps genutzt werden, so wie es aussieht. Wenn die Hersteller also in 5 Jahren beschließen sollten, die App oder die Server einzustellen, hätten wir ein Problem. Außerdem kann man solche Modelle nicht in bestehende Lösungen, zum Beispiel wie Synology Surveillance Station, einbuchen. Das heißt alles von Bosch kaufen, wenn man alles in einer App will. Die Ice-Überwachungskamera setzt außerdem voraus, dass sie es euch zutraut, sie direkt an den Strom einzuschließen und zu montieren. Siehe Kapitel 1 im Video. Ansonsten muss der Elektriker kommen. Das kostet dann nochmal mehr. Die App hat mir auch gefallen und sie ist übersichtlich. Ein recht teures, aber schickes Modell für Boschs Ecosystem. Das Licht kann ausgiebig konfiguriert werden und hat zudem einen Abschregeffekt für Einbrecher. Die Kamera besitzt im Übrigen keine Infrarot-LEDs und benötigt den Scheinwerfer also auch nachts. Den kann man zwar in der App auch deaktivieren, aber aufgrund dessen ist das eben nicht zu empfehlen. Die Zielgruppe scheint für mich Publikum mit etwas mehr Geld zu sein, die es möglichst einfach haben möchte und dann komplett alles im Bosch Ecosystem nutzen will. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Schaut euch auch die Testaufnahmen an, die werde ich auch unter dem Video verlinken. Wie immer könnt und sollt ihr jetzt selbst entscheiden, ob das für euren Anwendungsfall in Frage kommt oder nicht. Ihr wisst es auf jeden Fall Bescheid. Ich habe euch alles so ausführlich wie möglich gezeigt. Das war ein weiterer Testbericht von mir für dich und ich hoffe, er hilft dir weiter. Den Link zu den weiteren Videos und dem Produkt und zum Artikel gibt es unter dem Video in der Videobeschreibung. Das war es von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.